Hallo zusammen, neues Photoshop Video für euch und heute schauen wir uns einmal an, wie wir auf unseren Studiobildern dafür sorgen, dass der Hintergrund auch nur so aussieht, wie wir ihn gerne hätten. Also, wenn wir zum Beispiel noch irgendwelche Stativbeine im Bild haben oder ähnliches. Heute schauen wir uns mal an, was wir da alles in Photoshop machen können. Und dafür schauen wir direkt in Photoshop rein. So, hier sind wir jetzt in Photoshop. Also, ich habe ein paar Bilder vorbereitet mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Also, das Bild hier, das ist einfach so out of cam. Da ist nichts bearbeitet, gar nichts. Das sieht man vor allem dann hier unten. Ich habe hier noch so Flecken auf dem Untergrund. Die Schatten, gut, die würde ich eh nicht wegmachen, aber es ist grundsätzlich nicht sauber. Und wir haben hier Stativbeine, wir haben hier noch Teile vom Studio, die mit reinschauen und so weiter. Und das wollen wir natürlich am Ende nicht im Bild haben. So, jetzt gibt es mehrere Varianten. Es gibt natürlich die Varianten, dass wir uns das Ganze komplett selbst machen, indem wir sagen, wir holen uns eine neue Ebene, wir schnappen uns Reparaturpinsel, Kopierstempel, wie auch immer und versuchen das Ganze damit zu beheben. Also, das funktioniert, haben wir hier gesehen. Wunderbar. Damit kann man arbeiten. Gerade bei so einfachen Sachen ist das ziemlich gut. Hier unten wird es schon schwieriger langsam, gerade so dann mit dem Fuß. Und wir sehen auch jetzt hier, egal wo ich aufgenommen habe, das ist noch nicht so wirklich sauber. Müsste ich schon mehrfach drüber und so weiter. Also, das würde gehen, aber richtig gut ist es dann trotzdem nicht. Was wir natürlich auch machen können, ist, wir können versuchen, hier eine Auswahl drum zu machen. Hier beim Fuß wird es ein bisschen knapp, aber geht trotzdem. Okay. Und dann sagen wir einfach bearbeiten, Fläche füllen und sagen mal, das Ganze soll inhaltsbasiert gefüllt werden. Können wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, einmal T-Select. Ja, nicht 100% sauber. Da müsste man wahrscheinlich auch nachbessern. Wie sähe es denn aus mit inhaltsbasierter Füllung, wo ich dann ja noch sage, von wo soll ich das Ganze mit aufnehmen. Gut, da müsste ich jetzt natürlich einmal sagen, das ist auch überhaupt die untere Ebene, weil auf dieser leeren Ebene gibt es ja nicht so viel. Machen wir es doch einfach mal so. Einmal ein Blättabbild, nochmal die Auswahl. So, fertig. Inhaltsbasierte Füllung. So, und jetzt soll er natürlich nicht vom Model nehmen zum Füllen. So, ganz grob. Bestätigen wir mal, mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, das ist schon ziemlich gut. Das ist noch nicht perfekt, also gerade hier haben wir so eine relativ harte Kante. Aber damit kann man arbeiten. Also, wir sehen mit diesen hauseigenen, altbekannten Techniken, Kopierstempel, Reparaturpinsel, Fläche füllen, inhaltsbasierte Füllung und alles, damit kann man bei so einfachen Sachen gut arbeiten. Schauen wir uns mal das nächste Bild an. Hier machen wir den Schwierigkeitsgrad ein klein wenig höher, denn wir haben jetzt hier, dass sowohl noch nicht Foto-Hintergrund mit rauskommt, genauso wie hier. Wir haben hier einen Schatten, da kann man überlegen, will man den raus haben oder will man den nicht raus haben. Hier so ein kleines Stativbein, hier unten wird es auch so ein bisschen dunkler. Wir haben hier die Windmaschine noch mit im Bild. Also, auch hier wäre einiges zu machen. Und wir schauen uns jetzt aber eine Variante an, mit der das eigentlich viel, viel schneller geht. Denn, wir können nämlich einfach sagen, okay, wir wollen mal unser Motiv auswählen. So, damit habe ich mein Model ausgewählt. Es geht jetzt gar nicht darum, dass das jetzt die genaueste Auswahl ist. Natürlich müsste Auswahl im Zweifel noch verbessern. So, die Windmaschine hat er mit ausgewählt. Das ziehen wir einfach mal ab. So, haben wir da schon abgezogen und hier das Stückchen ziehen wir auch noch ab. So, jetzt habe ich eine Komplettauswahl von meinem Model. Und jetzt gehe ich einfach in der Taskleiste, in der kontextbasierten Taskleiste. Wenn ihr die übrigens nicht seht, müsst ihr unter Fenster. Und dann habt ihr unten kontextbezogene Taskleiste. So, jetzt drehen wir hier einfach mal diese Auswahl um. Und nutzen hier die generative Füllung. Und wir können einfach mal sagen, clean, right, backdrop. Also, ich schreibe es lieber auf Englisch. Ihr könnt natürlich da auch auf Deutsch schreiben. So, und wir können uns natürlich auch sowas direkt generieren lassen. Also, gerade wenn das jetzt hier sowieso so eintönig sein soll, da sind wir mit dieser Auflösungsbeschränkung, die dieses generative Füllen aktuell hat, ja, auch jetzt nicht so im Problem. So, hier hat er schon was generiert. Hier oben an den Haaren hat er was ganz Wildes gemacht. Hier ist dann am Gesicht ganz komische Sachen mit raus. Also, funktioniert ja beschränkt. Zumindest mit der Auswahl, die ich jetzt hatte. Aber das könnte noch besser sein. So, und dafür sagen wir jetzt einfach mal, wir sagen nochmal Motiv auswählen. Machen das gleiche Spielchen wie eben. Wir ziehen wieder hier das als allererstes ab. Denn das wollen wir alles nicht. So, hier noch weg. Und jetzt sagen wir aber, wir wollen diese Auswahl noch ein wenig erweitern. Und wir sagen einfach mal 50 Pixel. Das hängt ein bisschen von eurem Bild ab. So, damit bin ich jetzt hier wieder drüber. Damit weiß ich, dass definitiv mein Model komplett bleibt. Ich bin jetzt hier unten schon wieder so ein bisschen in der Windmaschine drin. Das kann ich aber trotzdem jetzt nachträglich ja wieder wegmachen. Denn der Trick ist jetzt einfach dabei, dadurch, dass ich diese Auswahl erweitert habe. Und ich gebe erstmal ein Clean, Write, Backdrop. Dann kann er nämlich generieren, während ich erzähle. Dadurch, dass ich die Auswahl erweitert habe, da habe ich Photoshop ja auch gezeigt, behalte hier das. Und daran wird sich Photoshop orientieren, was es denn jetzt hier überhaupt noch mit füllen möchte. Also es war ja eben schon ein relativ guter Hintergrund. Nur am Model selbst war es nicht so gut. Ja, einmal rückgängig. Man sollte natürlich die Auswahl auch noch umkehren. So, was vergessen? Erneute Generierung. So, übrigens so schnell kann es gehen, dass man seine Credits verbraucht. Vor allem, wenn man dann hier nochmal klickt und wieder nichts reinschreibt. Clean, Bright, Backdrop. Ja, aber da seht ihr mal, was alles so bei einer Aufnahme von einem Video schief gehen kann. So, aber jetzt. Wir haben die Auswahl umgedreht. Wir haben reingeschrieben, ich möchte, dass ich einen hellen, sauberen Hintergrund haben möchte. Und wenn wir jetzt mal gucken, dann hat er mir mein Model erneut hin. Ganz, ganz wild. Was er hier gemacht hat? Hier passt es dann. Hier, das ist sauber. Der dritte ist sauber. Ich weiß nicht, was Photoshop hier bei den ersten beiden sich gedacht hat. Vor allem, dass er hier dann auch einen schwarzen Hintergrund hatte und alles. Aber hier passt es. So, und wenn wir da jetzt mal gucken. Das war das Ganze vorher. Das ist das Ganze nachträglich. Und gerade bei einfarbig haben wir nicht das Problem, wie gesagt, mit der Qualität von der Auflösung. Weil, ja, wenn ich die Farbe weiß habe, ist das total egal, ob die in 1024 Pixeln oder in 100 Pixeln ist. Es bleibt halt trotzdem weiß. Also, das wäre eine Möglichkeit, wie ihr saubere Hintergründe hinbekommen. Ihr könnt das, wie in Variante 1, natürlich selbst machen, mit Reparaturpinsel, Kopierstempel, etc. Oder ihr nutzt die Photoshop. KI. Dass die auch ein paar Vorteile hat, sehen wir dann mal hier beim nächsten Beispiel. Das ist bei mir aus einem Regelshooting. Und da seht ihr, das ist kein unbearbeitetes Bild mehr. Da habe ich schon ein bisschen was gemacht. Habe aber einen Schritt extra übrig gelassen. Nämlich, dass das Studio noch mit drin ist. Also, wir sehen hier, sehen wir noch das Stativ von der Hintergrundrolle. Hier ist übrigens die Hintergrundrolle. Ich hoffe, dass ihr das im Video ordentlich seht. Was ihr aber auf jeden Fall seht, ist, dass hier nochmal ein Stativ ist. Und auch hier die Teichpumpe, die mir das Wasser wieder wegbringen soll. Und auch hier könnte ich jetzt genau das Gleiche machen wie eben. Also, ich mache mir erstmal ein Abbild. So, dann sage ich, okay, welche Bereiche sollen denn überhaupt gefüllt werden? Sagen wir mal das da. Wir nehmen hier sogar nochmal ein bisschen mehr mit weg. Und ich sage hier. Und natürlich könnte ich das auch selbst stempeln. Aber, in dem Fall, dadurch, dass es nicht leer ist, würde ich hier einfach Photoshop übrigens überlassen, was da rein soll. Also, ich gebe ihm nichts vor. Natürlich kann ich das mit eigenen oder mit den bisher bekannten Mitteln auch machen. Da solltet ihr halt immer ein bisschen abwägen, wollt ihr jetzt gerade Credits verbrauchen oder nicht. Im Endeffekt sorgen hier die Credits aber dafür, dass das Ganze sehr, sehr sauber ist. Also, sprich, die generative Füllung sorgt dafür, dass das sehr, sehr sauber ist. Da hätte ich, wenn ich das manuell gemacht hätte, länger gesessen. Also, ist das 100% bisher jetzt wahrscheinlich nicht. Und wir sehen auch hier wieder das alte Problem, was ich in einem anderen Video über die Qualität schon mal gesagt habe, dass das hier jetzt eher doch sehr, sehr grob ist im Vergleich zu solchen Wassertropfeln. Aber, wie man diese Qualität aufhübschen kann, taucht jetzt oben in der Infocard hoffentlich das entsprechende Video auf. Auf jeden Fall wäre das natürlich eine Möglichkeit, wie man an das Ganze rangehen soll. Oder kann. Nicht soll. Kann. Dass es aber auch Punkte gibt, wo die generative Füllung definitiv bessere Ergebnisse liefert, als das, was wir als Mensch machen können, zumindest in einer vernünftigen Zeit. Das sehen wir dann mal hier bei diesem Bild. Und das ist jetzt kein Bild von mir, das ist ein Stock-Image. Link unten in der Beschreibung. Da sehen wir ja ganz viel. Also, läuft das Kabel von den Blitzen. Hier läuft quer durchs Bild mit. Sogar hier über den Schuh. Gut, das müssten wir wahrscheinlich manuell machen. Die Lichtreflexe auf dem Hintergrund sind eklig und so weiter. Also, bis ich das jetzt hier komplett weggestempelt hätte, ich sag mal hier irgendwie so und irgendwie und noch ein paar Mal drüber und dann kriegen wir so richtig hässliche Farben und alles. Das könnt ihr, da sitzt ihr, nicht eine Ewigkeit, aber relativ lange. Hier macht es die KI definitiv besser. Wir sagen nämlich jetzt hier einfach, wie schon mal, wir wählen unser Motiv aus. Haben wir. Wir erweitern das Ganze ein wenig, um 50 Pixel, sagen wir mal. Drehen jetzt das Ganze um und sagen hier wieder Clean Backdrop. Also, das Sprite habe ich sogar jetzt mal weggelassen. Da soll mir Photoshop einfach mal farbtechnisch ein paar Vorschläge geben. Im E-E-A-Fall hätte ich jetzt noch diesen Fernseher mit ausgewählt, damit der dann bleibt. Aber ist jetzt nicht so wild. Können wir entweder gleich nochmal machen. Jetzt sitzt sie hier auf so einem Hocker. So, der ist nicht schön von den Übergängen. Ist überall nicht schön. Also, seht ihr, es kommt ein bisschen auch drauf an, dass wir dann eingeben. Wir machen das Ganze nochmal neu. Diesmal wählen wir auch den Fernseher dann noch mit aus. So, also holen wir uns hier nochmal ein Auswahlwerkzeug dazu. So, Fernseher ist jetzt gar keine super Auswahl. Sehen wir hier so. Ist aber gar nicht schlimm. So. Drehen das Ganze einmal um. Jetzt gucken wir doch mal, wie es ist, wenn wir die Auswahl nicht erweitert hätten. Übrigens, nachdem wir es umgedreht haben müssten, muss er ja jetzt verkleinern. So, und sage hier nochmal, clean, back drop. Und dann lassen wir hier nämlich mal wieder generieren. Und, weil das Thema bei diesem Bild ist ja nicht nur, dass wir hier diese Bereiche raus haben wollen, auch der Hintergrund selbst ist ja nicht schön. Also lassen wir uns den nochmal komplett machen. So, und wenn wir da jetzt mal gucken, wow, das sieht mal richtig gut aus. Oder auch hier. Also ihr seht, die KI, so viele Bedenken es dabei auch gibt, was den Einsatz von KI angeht. Auch die Kritik mit der Qualität und die Kritik mit den Credits ist alles nachvollziehbar. Aber hier haben wir echt was Gutes hinüber. So, natürlich müsste man wahrscheinlich diese Masken dann noch verfeinern. Wenn wir das mal angucken, jetzt hat nämlich die KI hier so ein bisschen abgeschnitten durch die Auswahl, die ich vorher hatte. Das könnte ich natürlich jetzt versuchen, wieder noch das Originaltuch ein bisschen zurückzumalen und alles. Aber ihr kriegt die Idee. Okay, also, so leicht kriegt ihr aus einem schlechten Studiobild, zumindest was das Setting drumherum angeht. Das Licht, die Beleuchtung und alles hier am Model ist ja gut. Aber das Ganze drumherum ist jetzt nicht optimal. Aber nachdem wir das Ganze gefüllt haben, sieht das Ganze richtig, richtig gut aus. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen was gezeigt. Was soll euch dieses Video denn jetzt am Endeffekt sagen? Überlegt euch bei euren Bildern selbst, die Änderungen, die ihr im Hintergrund machen wollt, sind das Änderungen, die ihr selbst machen wollt? Mit Kopierstempel, mit Reparaturpinsel, mit Fläche füllen, etc. Wenn ja, dann mach das, denn man kann vieles auch noch selbst machen. Es gibt aber auch Punkte, wo es einfach irgendwann nur noch, ich nenne es mal eine Glaubensfrage ist, ah, ich will es manuell machen, obwohl die KI es viel, viel schneller und viel besser machen könnte. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden und das hängt aber auch vom Bild ab. Und dafür war dieses Video, dass ihr einfach mal seht, okay, welche Möglichkeiten habe ich, um meinen Hintergrund auszubessern? und dann könnt ihr jetzt selbst entscheiden, welche ihr davon anwenden wollt. Ich hoffe, euch hat das Video ein paar Einblicke gegeben. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert noch den Kanal und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Ciao.